Gude Südhessen wird präsentiert von odenwaldmobil.de, dem Mobilitätsportal für den Odenwaldkreis. Immer mobil, sieben Tage die Woche, zu fast jeder Uhrzeit. Alles Wichtige auf odenwaldmobil.de Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 25. März. Kreiskliniken schlagen Alarm, Sparkasse schließt Filialen in Südhessen und globaler Klimastreik von Fridays for Future. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg schlagen Alarm. In den Kliniken ist der Krankenstand bei derzeit über 20%. Normal sind 5%, sagt die Betriebsleiterin Pellin Meier. Die Krankheitsquote sei so hoch wie nie und schränke den Klinikbetrieb ein. Aber nicht nur die, sondern auch die strengen Regeln im Umgang mit Covid stellen die Klinik vor Probleme. Denn die binden Personal und das hat Folgen, knapp 20% der Betten sind derzeit nicht belegt, sagt Meier. Das ist auch Geld, das die Klinik nicht einnimmt und natürlich auch eine Verknappung der Versorgung für die Bevölkerung. Wir fahren im Moment wieder auf Sicht, beschreibt Meier die Situation. Bei elektiven Eingriffen können Patienten damit rechnen, dass sie einen Tag vorher noch abgesagt bekommen. Die meisten Covid-Patienten kämen nicht wegen der Erkrankung, sondern mit ihr in die Klinik. Mit einem Covid-Zimmer pro Station wäre das machbar, so die Geschäftsführerin. Aber das lassen die strengen Regeln des Robert-Koch-Instituts nicht zu. Eine eigene Isolierstation ist vorgeschrieben. Aus unserem ohnehin schon reduzierten Personalbestand müssen wir noch ein Corona-Team rausquetschen, beschreibt Meier. Die Sparkasse Darmstadt wird einige ihrer Filialen schließen, deren Öffnungszeiten reduzieren oder in Selbstbedienungsstellen umwandeln. Die fahrbare Filiale, der Sparkassenbus, wird dafür künftig mehr Haltepunkte anfahren. Diese Pläne gehören zum Sparkassenprojekt FIT für die Zukunft Effizienz im Privatkundengeschäft, das die Vorstände Dr. Sascha Annert und Jürgen Thomas sowie Peter Lehr, Direktor des Privatkundengeschäfts, am Donnerstag vorgestellt haben. Hintergrund für diese Reduzierungen in der Fläche sei das in den vergangenen Jahren veränderte Kundenverhalten, erklärten die Vorstandsmitglieder. Die Digitalisierung hat unter Covid-19 definitiv einen Schub erhalten, sagte Sascha Annert. Man gehe davon aus, dass dieser Trend beibehalten werde. 70% des Services, Zahlungsverkehr und Umsätze abrufen, fänden inzwischen online statt. Wenn Kunden persönlich vorbeikämen, dann mit Termin für Beratungen. Im Landkreis werden am 31. Dezember 2022 die Filiale in Weiterstadt-Greffenhausen, die SB-Filialen in Weiterstadt-Braunshart sowie in Griesheim-Sankt-Stefan geschlossen. Der Sparkassenbus wird Greffenhausen und Braunshart anfahren. Mehr Infos gibt es unter dem Link in den Shownotes. Die aktuelle Corona-Verordnung, welche die Corona-Regeln in Hessen bestimmt, läuft am 2. April aus. Dann bestimmt vor allem das bundesweite Infektionsschutzgesetz die Corona-Regeln. Ab Anfang April müsste der Landtag über strengere Regeln beschließen, die Landesregierung kann dies nicht einfach mehr über eine Verordnung verfügen. In der kommenden Woche tagt der Landtag, es ist aber derzeit nicht geplant, in diesem Plenum eine Hotspot-Regelung zu beschließen. Die Landesregierung sieht die dafür notwendigen Voraussetzungen aber derzeit nicht erfüllt. Das Bundesgesetz sieht die Anwendung der Hotspot-Regel nur im Falle einer drohenden Überlastung des Gesundheitssystems, einer stark steigenden Infektionslage oder dem Auftauchen einer sehr ansteckenden oder bedrohlichen Virusvariante. Das nächste Landtagsplenum tagt aufgrund der Osterpause erst wieder Anfang Mai, eine Sondersitzung im April wäre aber möglich. Eine neue hessische Verordnung mit den möglichen Basisschutzmaßnahmen werde vom Kabinett rechtzeitig vor dem 2. April vom Kabinett entschieden werden, erklärt der stellvertretende Regierungssprecher Marco Kreuter. Am 2. April soll die Maskenpflicht im Einzelhandel fallen. Die Kunden und Geschäfte atmen auf, könnte man meinen. Doch die Realität sieht angesichts der Rekordinzidenzen anders aus. So ergab eine aktuelle Umfrage, dass hierzulande rund 61% die Aufhebung der Maskenpflicht zum jetzigen Zeitpunkt für falsch halten. Nur 36% findet den Schritt richtig. Auch der Einzelhandel ist in dieser Frage nicht geschlossen. Zwar hatte etwa der Handelsverband Rheinland-Pfalz die Abschaffung der Maskenpflicht schon geraume Zeit gefordert, denn das Ende von 2G alleine habe, so Hauptgeschäftsführer Thomas Scherer, nicht den erhofften Kundenansturm gebracht. Dem gegenüber sprach sich der Handelsverband Textil-Schuhe-Lederwaren, BTE, dafür aus, die Maskenpflicht im Handel zunächst weiter beizubehalten. Es ist das geringere Übel, so BTE-Hauptgeschäftsführer Rolf Panges. Klima und Krieg – Fridays for Future demonstrieren wieder. Sie gehen wieder auf die Straße. An knapp 250 Standorten überall in Deutschland stehen an diesem Freitag die Demonstrationen des 10. globalen Klimastreiks von Fridays for Future an. Die Bewegung ist also auch während der Pandemie weder müde noch leise geworden. Es reicht nicht, nur einmal laut zu sein. Wir werden so lange laut bleiben, bis die Menschlichkeit nicht mehr durch die Untätigkeit der Regierungen gefährdet ist, erklärt Pauline Brünger, Aktivistin aus Köln, im Vorfeld der Streiks. Die Anliegen der Bewegung sind auch 2022 nur wenig verändert. Im Wesentlichen geht es Fridays for Future um die Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze, das Vorantreiben der Energiewende und aktuell eben auch um das Ende des Krieges in der Ukraine. Ein Anliegen ist es dabei besonders, auf die Zusammenhänge zwischen Krieg und Klimagerechtigkeit hinzuweisen. Entsprechend wolle man den Vorwurf, die Klimabewegung instrumentaliere den Krieg für ihre eigenen Interessen, nicht gelten lassen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de Gude Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, echo-online und mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VAM. Ihr erreicht uns per Mail an audio-at-vam.de ViewationInnen Gude shield Wiesb福